Pass auf, Alpha Kim, dein Kind, dein Sohnemann, dein Hab und Blut, dein, wie sag mal, ich weiß nicht, dein Kind auf jeden Fall, will Beef mit Rezo und Salami-Brötchen. Alpha Kim will Beef mit Rezo und ihm, schau mal rein, vor drei Minuten, ich warte eben im Uploaden, ich warte eben im Uploaden. Wir wollen ihm hier keine Klicks stehlen, andererseits wollen wir ihm natürlich die Klicks stehlen und ich werde es instant nach dem Finischen Uploaden. Kekato hat mal auf mich reagiert, Salami mit zwei I. Es gibt Beef, endlich mal wieder. Boah, wieder ein neues Setup, das schaut gar nicht so schlecht aus. Wieder und zwar mit Klassiker, natürlich das Bett im Hintergrund. Keinem Beringeren als fucking Daniel. Falls du jetzt ein aktiver Zuschauer von meinem Reaction-Kanal bist, was du sein solltest, dann wird dir der Name Daniel schon ein Begriff sein. Falls nicht, stellt er sich gerne für euch auch ganz persönlich vor. Ich kenn den Typen irgendwo, ich weiß nicht woher, ob er mir nicht auch mal vorgeschlagen wurde oder so. Daniel, find ich den Typen? Warte mal, da, naja, wahrscheinlich eher nicht, oder? Daniel? Wieso das? Nee, das ist er nicht. Ach, was weiß ich. Aber irgendwoher kenn ich sein Gesicht. Seine Pluskurikof und mein Ziel ist es, heranwachsende Männern zu helfen, sich wieder ihre maskulinen Eigenschaften zurückzuholen. Wieso? Weil die moderne Welt uns unsere Männlichkeit genommen hat. Was ist das für eine Flagge? Weißt du, dass irgendjemand? Aber das ist schon sehr männlich. Mit dem Boxsack hier. Und dem Ding da. Ich will dir helfen, dich maskuliner zu machen. Daniel Abi ist ein Newcomer-Famil, Mann mit einer Kasachstan, manchmal auch einer Russland-Flagge im Hintergrund und sehr, sehr vielen weirden Meinungen. Eins meiner Highlights ist zum Beispiel das hier. Erklären, was Schwulsein bedeutet. Weißt du, die Welt tut... Oh mein Gott, ich habe sowas Lustiges gesehen. Ey, sorry, dass ich gleich reingrätschen muss. Aber das hat was damit zu tun. Und zwar, das war ein Dude auf Instagram. Und der hat auf dem Flughafen ein Reel gepostet. Und während er auf dem Flughafen war, hatte er so eine Flagge. Und ich weiß nicht, was das für eine Flagge war. Das war irgendeine Flagge. Keine Ahnung, da war irgendwas drauf und sowas. Das war irgendwas Religiöses, ne? Und er hat mit dieser Flagge so einen Tanz gemacht und sowas. Und er hat so gesagt, ja, auch wenn ich am Flughafen bin, dann kann ich da auch immer noch Jesus praisen und lauter sowas. Und die Leute haben die ganze Zeit in die Kommentare geschrieben so, ah, finde ich cool, dass du die LGBTQ-Flagge da hast und sowas. Das war nicht die LGBTQ-Flagge. Finde ich cool, dass du öffentlich dich outest und sagst, dass du gay bist und sowas. Und der ist so eskaliert und der war so am Weinen, weil er hat unter jedem Kommentar geschrieben, ich bin nicht schwul, ich bin nicht schwul, ich supporte das nicht, ich finde das schlimm. Und man kommt in die Hölle und sowas und alle schreiben rein, Bruder, ich finde das so gut, dass du dich für schwule Menschen einsetzt. Das war so lustig. Es war so lustig. Und dann hat er als letztes, hat er noch einen Kommentar angepinnt, ja, Leute, ich wollte gar nicht, dass es viral geht und sowas, aber das ist out of hand jetzt bei mir und ich kann nicht auf alle Kommentare antworten. Bitte wisst einfach nur, dass ich nicht schwul bin und sowas. Zeigt mir bitte, ich weiß nicht mehr, wie der Typ geheißen hat. Das ist mir immer noch vorgeschlagen worden, aber ich habe so einen Lachflash gehabt. Wie Leute, die trollen in alle in den Kommentaren. Michelle, Dankeschön. Tut sich schwer, also die Biologie tut sich schwer mit 100%ig schwul, 100%ig hetero. Die Welt tut sich schwer mit nur, mit zwei, mit zwei Variablen. Naja, es gibt ja auch bisexuelle Menschen. Mit zwei möglichen Variablen. Also da stellt sich dann, dann stellt sich natürlich die Frage auf, sind wir, also sind wir alle ein bisschen schwul? Oder auch diese Weisheit. Ich habe sie so ein bisschen gerisst. Ich habe, die konnte so Klavier spielen, was ich krass fand. Und Digga, weißt du, wir sind so Freunde, also in der Runde sind so ein paar Freunde. Und ich bring gute Jokes, ich unterhalte mich gut. Ich komme zu ihr so etwas näher. Wir fassen uns so ein bisschen mehr an. Sie spielt so Klavier, ich so von hinten, so, weißt du. So gefühlt Schwanz an dem Rücken. Digga, ich wusste gar nicht, dass unser Liebaufreund Paximilian Mützensohn hat. Ja, mit meinem Schwanz habe ich das Klavier auch gespielt. Jetzt macht auch Maxis Interesse an Putin ein bisschen irgendwie Sinn. Aber warte mal, wer ist dann bitte Daniels Mutter? Ich habe halt in letzter Zeit so ein paar Mal auf den Kollegen Daniel Prosku reagiert und mich ein bisschen über seine Meinung lustig gemacht. Und das fand er jetzt irgendwie nur so mittelmäßig lustig. Und wer hätte da... Daniel, falls du sauer bist, der Salami ist schuld. Der, der Trottler, ja. Hast gedacht, hat jetzt ein Antwortvideo gemacht. Irgend so ein, irgendein Keck hat mal auf mich reagiert. Salami mit zwei I. Bro, der ist so ein typischer Lefty, so ein, ich keine Ahnung, was er ist. Frauen, auf jeden Fall gegen meine Meinung. Er ist so ein Frauen. Ja. Ich habe mir dieses Video angeschaut, weil jetzt nicht wirklich... Ich weiß nicht, Digga, das waren eher so Argumente. Ist Salami ein Lefty? Oder meiner... Oder was heißt Lefty? Ich glaube nicht, dass Salami links ist. Aber I don't know. Der hat pausiert immer mal, wenn ich was gesagt habe, um es so lachhaft aussehen zu lassen. Hat mal pausiert, dann wieder weitergespielt, pausiert, weitergespielt. Also der hat nicht wirklich Argumente gebracht. Ja, okay, Daniel, du willst Argumente, kannst du gerne haben. Fühlt sich dann wahrscheinlich eher so an wie eine Stilmittelanalyse von einem fucking Kinderbuch. Aber wenn du es willst, gerne. Pornografie ist nicht gerade gesund, ist nicht gerade richtig. Aber sexuelle Gedanken zu unterdrücken, würde ich argumentieren, dass das totaler Bullshit ist. Und was diese Leute dir nicht sagen werden, ist, sobald du aufhörst zu sagen... Nee, das muss schon ein bisschen spezifischer sein. Ich sag dir ehrlich, wenn da deine Freundesgruppe ist und da spielt irgendein Mädchen Klavier und du legst deinen Cock auf ihre Schulter... Ja, Salami. Ich würde das versuchen zu unterdrücken. Das kannst du gerne. Später kannst du mit dir reden. Ey, ich würde gerne meinen Cock auf dein Klavier legen und so. Ich würde gerne auch hier die... Ich würde gerne Runaway von Khan Yeezy spielen mit meiner Ding. Aber halt so... Es gibt Momente, da ist es ein bisschen unpassend. Seltsam, danke schön. Sexualisieren, sobald du auch mit Pornos aufhörst. Sobald du als Mann keine sexuellen Gedanken hast, beziehungsweise diese Gedanken... Ey, Salami, stört dich das, dass ich jetzt drauf reagiere? Ich werde 48 Stunden oder sowas warten, bis ich es hochlade. Ich nehme nur den frischen Content mit. Aber wenn du willst, dann können wir auch abbrechen. Wenn du unterdrückst, stellt sich dein Körper drauf ein. Das ist auch das Problem von NoFap. Wenn du überhaupt nichts mit Frauen zu tun hast, Frauen nicht sexuell anguckst, aber du NoFap für Testosteron machst, wird dein fucking Testosteron runtergehen. Ganz einfach, weil dein Körper sich drauf einstellt. Dein Körper gewöhnt sich an die Situation. Es hört auf Testosteron. Also NoFap für die Leute, die nicht... Dankeschön. NoFap ist, wenn du einfach nicht masturbierst, aber trotzdem noch Geschlechtsverkehr haben kannst oder so, ne? Und halt auch keinen pornografischen Content konsumierst, also zum Beispiel auch keine Kaiser-Live-Videos. Vanituose schreibt, yo, Küser, schau deine Videos mega gerne und freu mich jedes Mal, wenn mein Handy mit Upload-Nachrichten zugespampt wird. Oh ja, das wird sowas von zugespampt. Und heute kann ich dir, äh, kann ich, kann ich mit dich endlich mal live gönnen. Let's go. Ey, freut mich. Dankeschön für die 6 Euro und dankeschön, dass du am Start bist. Ich werde diese 6 Euro... Ja, 6 ist schon eine random Zahl. Oder war das eine Anspielung? Jo, willst du, willst du Sex mit mir haben? Willst du deinen Kork auf mein Klavier legen? Wenn ja, dann sag's mir. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Testosteron zu, zu produzieren. Wolltest die Argumente, oder? Ja. Ach so, stimmt. Ja, aber das, das stimmt doch nicht, oder? Also wenn du... Ach komm, lass das Salami machen. Lass du eins. Dein Testosteron-Gehalt kann zwar kurzzeitig ein bisschen nach oben gehen, wenn du 5, 6 Tage nichts machst. Das hat zum Beispiel eine Studie ergeben. Aber danach pendelt es sich wieder ein und gibt eigentlich keinen Unterschied. Und zwar beidseitig, Brol. Unser Körper hört nicht auf, Testosteron zu produzieren, nur weil man nichts macht oder keine Frauen sexualisiert. Übergewicht oder Diabetes können zum Beispiel Gründe sein, warum dein Testosteron runtergeht, ja? Aber es gibt überhaupt gar keine Studie oder irgendeine... Oder nicht bei Salami abonniert zu sein, ja? ...welche wissenschaftlichen Belege, dass dein Körper auf einmal aufhört, so ab jetzt kein Testosteron mehr. Weil wenn du keine Frauen mehr als Sexobjekte siehst, dann sehe ich es auch nicht ein, als Körper da irgendwelches Testosteron zu produzieren. So funktioniert ja ein Körper nicht, Bro. Testosteron zu produzieren. Testosteron ist jetzt nicht... Warte, ich sehe schon die Reaction von diesem Typen. Testosteron ist nicht direkt so, äh Mann, das ist Männlichkeitshormon, wir müssen Testosteron erhöhen. Testosteron ist außerdem ein Hormon, das dir Taten dran gibt. Hat ein Mann wenig Testosteron, ist er tendenziell sehr viel unglücklicher. Du bekommst nicht nur eine Reaktion, du bekommst ein ganzes Hauptkanal-Video, mein Bester. Ich weiß nicht, was Testosteron so... Bruder, ich habe mich nie... Warte, ich danke schon auch noch für den Sub. Ich habe mich jetzt nie so dementsprechend befasst damit, weil ich einfach einen Testosteron-Überschuss habe. Ich habe tatsächlich gestern einen Hirsch gegessen mit meinen Augenlidern. Mit meinen Augenlidern habe ich ihn zurückgekaut und dann habe ich ihn gegessen. Ja, es war crazy. Aber ja, Testosteron ist für vieles verantwortlich, ne? Für den schönen Bartwuchs, ne? Für den schönen Bartwuchs, für Haarausfall auch. Also da bin ich dann genau in der Mitte, ne? Mein Testosteron ist nur bis hierhin gestiegen und der Rest hat es drauf geschissen. Ja. Weil du es dir eh jeden Tag spritzt. Naja, jeden Tag lädst du jetzt nicht auf dem Hauptkanal hoch, aber... Ich musste hier mal ein bisschen dickere Geschütze auffahren, nachdem Tobias Huch einfach auf Daniel reagiert hat und hier meinen Content-Cloud, Junge. Ich habe Anspruch auf Daniel gesetzt. Das ist quasi mein Eigentum, okay? Ich sag's euch. Ja, genau. Und der Alpha Kevin reagiert auf einmal auf ihn solito. Ich glaube, ich spiel. Ich bin mal Königsmacher bzw. Content-Macher von Meidungsblog YouTube. Okay, Shoyoka hat da noch ein bisschen die Nase vorne. Aber wartet ab, eines Tages hole ich sie ein. Aber by the way, Daniel, doch, du hast recht. Testosteron ist unser Männlichkeitshormon quasi. Also genau bei der Sache, wo er dann quasi zurückrudern wollte, hatte er dann eigentlich recht. Naja, auf jeden Fall ist unser Testosteron für unsere Libid... Sexualhormonen, äh, blablabla, blablabla, steuerentwicklung, erhaltung männlichen Merkmale im Körper, beeinflussen aber auch das Verhalten. Sie geben beispielsweise höhere Testosteronwerte bei Männern oft mit ausgeprägterem Libido einher. Ja, sie haben mehr Lust auf Sex, äh, ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen vorhanden, letztendlich, blablabla, scheiß drauf. Libido zuständig. Übrigens zu... Da sagt man Testosteron nach, das ist zu viel Dex. ...vorteil natürlich auch für die weibliche, denn Frauen produzieren auch Testosteron. Zwar weniger, aber es spielt trotzdem eine entscheidende Rolle. Die entscheidende Frage ist halt einfach nur, ob man wirklich Frauen sexualisieren muss, um quasi seine Libido zu erfüllen, um Testosteron zu produzieren. Oder ob das vielleicht auch ein bisschen was mit sozialen Umständen, äh, Sozialisierung, Geschichte, Social Media und, und, und zu tun haben könnte. Aber Testosteron gibt einem Mann auch seine Lebendigkeit. Du, du, du fühlst so dieses, du fühlst dieses Leben, liegst nicht einfach nur da am Bett und, und verschwendest deine Zeit. Das ist auch Testosteron. Ich frage mich, woher er das wissen will. Also um zu wissen, dass der Tatendrang am Testosteron liegt, muss er ja auch automatisch wissen, wie es sich anfühlt und dass man keinen Tatendrang hat, wenn man weniger Testosteron produziert, oder? Vielleicht hat er irgendwann einfach mal so ein Selbstexperiment bei sich gemacht, um halt seine Testoproduktion zu stoppen. Okay, entweder... Na, das, das kann kein normales, der, 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 der kommt jetzt voll durch und haut ihn gegen die Wand, oder so. Nein, okay. Fucking Pusse. Ich sag nicht, du sollst irgendwelche Straftaten begehen, oder ähnliches, oder Frauen, also nicht als Mensch ansehen, die, sie... Aber, ja, 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 aber... Komplett zu degradieren. Ist aber ein bisschen degradieren erlaubt, Meister Daniel. Ich glaube, ich weiß ungefähr, wie er seine Frauen klärt. Ich sag jetzt nicht, du sollst deine Bank ausräumen, ja, aber eine Trafik oder so, einen kleinen Euro-Spar oder sowas, das ist in Ordnung. Oh mein Gott, da gibt's auch immer diese Bollywood-Tik-Tok-Filme. Kennst du diesen Joker? Diesen Joker oder sowas? Der kommt dann da so her und dann macht er da... Dann riskt er irgendeinen Girl und dann schaut er... Und dann geht er da so durch und er ist so voller Krasse und dann hat er sich auf einmal 70 Millionen auf. Boah. Mafias. Wenn ihr ein Tutorial wollt... Boah, das sieht ja nix mehr. Es könnte auch sein, dass er unabsichtlich den Typen jetzt so hinknommen hätte. Naja, naja, der hat Testosteron, oder Testosteron, oder bis in die fucking Zehennägel. Wie man so ein krasser Typ wird und dann auch so viele Frauen so konsequent bekommt, dann lasst jetzt unbedingt mal ein schnelles, kostenloses Abo und ein Like da. Bei 1000 Likes frage ich bei Daniel höchstpersönlich an, nach einem Tutorial, damit er uns erklärt, wie er die Frauen klärt und damit wir das alles kopieren können. Also, schnell abonnieren und liken. Komplett zu degradieren. Ich sage, dass es völlig normal ist, eine Frau sexuell zu betrachten. Eine Frau, dass es völlig normal ist, sexuelle Gedanken von einer Frau zu haben. Irgendwie mit deinen Freunden über ihren Körper zu reden oder ähnliches. Ich denke nicht, also klar. Ich versuche ihm immer zuzustimmen, weil bei so, ey, es ist normal, wenn du irgendwo mal eine Frau siehst, die dir gefällt und dann denkst du dir, hey, ich würde gern mit dir Klavier spielen, ne? So, das passiert, das kommt vor, das, keine Ahnung, hier, weiß ich nicht. Güsow betrachtet, wholly sexuell. Naja, das ist halt so, melden sich Menschen, weißt du, was ich meine? So, es ist normal, dass du sexuelle Gedanken hast, weil von sexuellen Gedanken entstehen teilweise auch Menschen, ne? Teilweise auch nicht. Deswegen, das ist ja nicht schlecht, aber dann fängt der Satz so komisch an. Naja, ich sage nicht, dass du eine Frau degradieren solltest. Ich sage nur, dass es, ja, ja, 50, na, nicht 50. Ich weiß nicht, Daniel, du machst es mir wirklich schwer, dir zuzustimmen. Aber wenn man jetzt irgendwie eine Frau sieht und sie nice findet und da auch irgendwie ein sexuelles Interesse an ihr hat, ist das absolut klar. Also, ist ja auch logisch, ist natürlich, ne? Ich meine, es schauen sich ja auch wahrscheinlich jeden Tag ungefähr 20.000 Frauen irgendwelche Harry-Styles-Plakate an und sexualisieren ihn dann. Was aber nicht cool ist, sondern ganz im Gegenteil sogar ziemlich... Harry-Styles-Plakate. Das Problematische ist, ist das Stumpfe sexualisieren und als Sexobjekte sehen von Frauen. Es gibt nämlich genug Männer da draußen und das können viele, wahrscheinlich sogar die meisten Frauen von euch wahrscheinlich auch bestätigen, die einfach Frauen als stumpfe Sexobjekte sehen und sie halt nur quasi als Möglichkeit sehen, ihren Drang da zu verlieren. Ihr wisst schon, wie ich meine. Wenn du Männern die ganze Zeit sagst, dass es ganz normal und richtig und gesund ist, Frauen zu sexualisieren, und damit meine ich nicht nur Daniel, sondern generell die gesellschaftlichen Strukturen, die Erziehung, unsere Sozialisierung und so weiter, dann ist das ziemlich problematisch. Denn daraus folgt leider bei manchen Männern, dass sie dann nicht nur Frauen in ihrem Kopf sexualisieren, sondern auch noch nachpfeifen, irgendwie versuchen Körperkontakt zu bekommen, dumme Bemerkungen machen, sich sogar anfassen oder vielleicht sogar irgendwann vergewaltigen. Und da solltest du dir, lieber Daniel, einfach mal Gedanken machen, ob du sowas eigentlich selber fördern möchtest. Klar, er sagt, dass man so etwas nicht tun soll, aber für viele Männer ist das einfach ganz normal. Wenn du mit der Grundeinstellung durchs Leben läufst, dass Frauen sexualisieren ganz normal ist, dann sind halt einfach die Schritte zu den nächsten Taten nicht mehr weit. Ja, wenn du aber durch die Straßen läufst mit dem Gedanken, dass du Frauen nicht sexualisieren sollst, dann ist das einfach was ganz anderes und diese Schritte sind viel weiter entfernt. Und ich finde da Daniel höchstpersönlich sogar eine größere Aufgabe als viele andere. Klar, halt nicht viel Reichweite, aber trotzdem, er hat sich quasi eine männliche junge Zielgruppe aufgebaut, denen er irgendwie was zum Leben beibringen möchte oder so. Und ich finde, da sollte er gerade den jungen Leuten mitgeben, dass es nicht gut ist, Frauen zu sexualisieren. Es ist in Ordnung, dass du sexuelle Fantasien über Frauen hast. Ja, ich glaube, das Problem ist halt, in der Branche, wo sich der Daniel bewegt, wo er fluktuiert, wo er Klavier spielt und so, da hat er, schau, da hast du dann lauter junge Männer, Alter von 13 bis vielleicht so 23 oder sowas im Schnitt, jetzt nicht um das runterzumachen, nur das sind halt wahrscheinlich dann oftmals diejenigen, oder vielleicht noch ein bisschen älter, die gerade versuchen herauszufinden, wer sie sind und wohin es halt geht in ihrem Leben und die haben dann auch schon Probleme experienced, in dem Fall halt mit Frauen zum Beispiel. Fluktuiert ist doch safe, ein Harry-Potter-Zauerspruch ist ja wirklich. Nein, ich habe keine Ahnung. Und die versuchen dann, ihre Probleme zu lösen. Zum Beispiel, ey, ich habe hier in meiner Laufbahn als Boy, habe ich mehrere Girls versucht abzurissen. Boah, freue mich auf die Kommentare, sprich nicht so viel Englisch. Habe ich versucht, so viele Girls mir aufzureißen und es hat nicht funktioniert und ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Aha, jetzt habe ich hier wen, der mir sagt, wie es funktioniert. Und wenn der mir dann sagt, naja, okay, es funktioniert nur, wenn du Frauen respektierst und dir Zeit nimmst und sie machen lässt und höflich einfach mit ihnen, keine Ahnung, auf ein fucking Date gehst und das immer wieder und immer wieder und dann bla 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 und dann immer noch kommt es vielleicht dazu, das wollen die halt nicht hören. Weil das ist eine lange, es ist eine lange und vielleicht auch langweilige für manche Art und Weise, an dein Ziel zu kommen, sondern viel besser ist es, yo, Bruder, diese hier, vielleicht finde ich das auch spontan, äh, keine Ahnung, äh, drei Minuten Pickup. Lauter solche Videos, ne? Äh, jetzt finde ich natürlich gar nichts. Super. Oder war das fünf Minuten Pickup? Letztens habe ich irgendwie sowas gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, von wo das, äh, von wo das war, aber, ähm, fünf Minuten Pickup. Ah, nein, genau, Kanal. Lol. Gibt es da was drauf? Ne, absolut nichts. Playlist, Technik. Kirby spendet drei Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön für die drei Euro. Na, es geht einem einfach nur darum, so, yo, die wollen halt einfach irgendwen flachlegen quasi und dann wollen sie sich halt nicht anhören, ja, respektiere die und lass sie Zeit und gib ihr Abstand und sowas, sondern, äh, sondern viel einfacher ist es dann zu hören, so, yo, sei ein Mann und friss, keine Ahnung, Kaninchen und dann geh auf sie zu und sag, du und ich, Klavier. Kirby schreibt, danke für deine, nice, für die nice Streams. Ich danke dir, Kirby. Ich danke dir, Kirby. Du bist zwar nicht der beste Charakter in Super Smash Bros, aber ich hab dich trotzdem sehr gern. Das ist ganz normal. Das gehört einfach zum Mannsein dazu. Das kann auch niemand abstreiten, der nicht asexuell ist. Selbst da ist es natürlich auch oft so. Aber Frauen zu sexualisieren ist einfach noch was anderes und deutlich kritischer. Woran ich glaube, wenn... Geht auch Gitarre? Ne, das ist schwul. Wenn mir irgendwer einen Ratschlag gibt, aber ich nicht so sein will wie er, nehme ich diesen Ratschlag nicht an. Und Salami ist ebenfalls eine Person, genauso wie Rezo. Sind beide Personen weg... Ach so, Rezo hat auch auf ihn reagiert, oder was? Rezo? Daniel? Finde ich das so? Warte mal, nicht Rezo, sondern Schlumpf, maybe? Schlumpfinger? Daniel, Schlumpf. Na, naja, Gott, ich finde ihn jetzt nicht. Er ist ergericht. Hat er nicht? Ach so, wie kommt er da auf Rezo? Ich in ihrer Haut, ich würde mich nicht gut fühlen. Definitiv. Das siehst du schon beim Ansehen. Was hat denn jetzt Rezo damit zu tun, Bro? Ist Rezo jetzt irgendwie so das Paradebeispiel für so einen schwachen, unmännlichen Influencer, oder was? Ich glaube sogar, er hat neulich schon mal gegen Rezo gefrontet. Rezo ist rich, rich. Ich wäre gern wie Rezo. Zumindest, ich färbe mir auch die Haare blau. So, wenn ich persönlich darüber nachdenken würde, ich wäre nicht gern wie jemand... Ich wäre nicht gern jemand wie Rezo oder wie Tadde. Ganz einfach, weil... Bro, ich werde mir keine blauen Haare färben, ich werde mir nicht die Fresse voll tätowieren. Ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass du dir so ein extrem glückliches Leben... Ja, aber zu dir passt das halt auch nicht. Na, zu mir würden jetzt auch keine blauen Haare wirklich passen. Ich finde das voll cool. Ich finde das voll cool. Ich finde, bei Tadde schaut es auch richtig, richtig krass aus. Aber Tadde ist ja auch die eine Art von Person, zu der das halt optimal passt. Führend. Tadde, der mit Frau und Kind überunglücklich ist, also unglücklich ist, ja. Tadde wird safe unglücklich sein. Der hat auch... Das Problem bei Tadde ist erstens eben, er hat eine Frau, dann hat er auch noch ein Kind und dann hat er auch noch ausgesorgt. Wahrscheinlich. Dann kann er auch noch den ganzen Tag machen, was er will, oder? Das ist richtig beschissen. Dunkel lila, please färben. Ich habe mal probiert, meine Haare zu färben, aber es hat nicht... Es hat nicht funktioniert. Aber da war ich irgendwie 14 oder so. Jeder so, wie er will. Okay, du bist so schlau. 100 Euro Spende und du fährst für eine Woche blauer. Never, never. Komm gar nicht auf die Idee zu spenden. Nicht mal für... Ja, euer für 20.000 würde ich es machen, aber... Na, spend das nicht. Du bist ja so schlau, blau-haariger, Schlumpf oder so. Du bist ja so schlau, du Schlumpf. Warum... Warum... Hat diese... Diese individuelle Transgender-Sache... Warum gab es die nicht schon früher? Ich bin ehrlich, ich glaube, Rezo und ich haben alles richtig gemacht im Leben, dass wir von einem Daniel als unmännlich bezeichnet werden. Ich wusste nicht, dass Rezo Transgender ist. Ich glaube, ein besseres Los kann man nicht ziehen. Stell dir einfach mal vor... Wir gehen davon aus, es stimmt. Dein primäres Lebensziel. Primär. Nicht sowas wie Geld verdienen. Dein primäres Lebensziel, was einfach in dir verkabelt ist, was du einfach immer verfolgst, ist, am Leben zu bleiben. Natürlich, es gibt immer Ausnahmen. Ich rede in genere... Ey, ich bin Experte darin. Ich bin, by the way, noch nie gestorben. Ich rede in all... Ich rede allgemein. Natürlich gibt es irgendwelche Depries, die sich hängen oder so. Digga, was? Wie kann man denn bitte so respektlos gegenüber verstorbenen Menschen reden? Das kann mir jetzt aber sowas von aus dem Nix. Bist du deppert. Okay. Dein primäres Lebensziel ist es, am Leben zu bleiben. Wow. Oh, ich traue mich gar nicht, das zu wiederholen. Wow. Wow, Daniel. Ja? Also wirklich, Daniel, raff dich mal bitte und überleg dir mal real talk, wie du das das nächste Mal sagst. Weil so bitte nicht nochmal. Real talk übertrieben. Respektlos einfach. Hängen oder so. Aber dein primäres Lebensziel ist zu überleben. Und Ausnahmen widerlegen nicht die Regel. Und das Zweite ist, sich vorzupflanzen. Und stell dir vor, du... Stell dir diesen Mann vor, der es unterdrückt, eine Frau zu sexualisieren. Sein Männlichkeitshormon, Testosteron, was dir eine Latte bringt. Was dir eine Latte bringt, was dich dazu bringt. Ey, ich habe was richtig Krasses. Ich habe was richtig Krasses für dich. Wenn du es taktisch klug unterdrückst, dann kannst du dich mit mehreren Frauen fortpflanzen. Wenn du es schlecht machst und du unterdrückst es nicht, dann kommst du in den Knast. Da kannst du versuchen, den Benjamin, der seit 40 Jahren sitzt, den kannst du dann versuchen zu schwängern. Das ist natürlich ein Problem. Das ist natürlich ein Problem. Aber das ist ja dann auch... Wenn du genug Testosteron hast, dann kannst du auch einen Mann schwängern. Eine Frau ficken zu wollen. Also, wir wollen fucking nochmal überleben. Wir wollen uns fortpflanzen. Ja, Mann. Und das geht nur, indem ich durch die Stadt laufe und mit jeder Frau, die ich da irgendwie sehe, schlafen will. Dass man Frauen als Menschen sieht, als Personen, ich weiß, das ist ziemlich krass, und mit denen ganz normal kommuniziert. Ich weiß, das ist gewagt. Es ist ein bisschen revolutionär. Aber ich... Ey, by the way, alle Frauen im Chat, ja, das ist jetzt nicht eure Zeit, um da jetzt irgendwie Ratschläge zu geben oder sowas. Ihr habt keine Ahnung, was ihr wollt. Wir wissen das, ne? Ich stelle die These einfach mal auf. Es wurden über 200 Studien mit über 620.000 Teilnehmern, die von der Uni zum Saarland analysiert und ausgewertet wurde, herausgefunden, dass es einen Unterschied in der sexuellen Motivation zwischen Männern und Frauen gibt. Demnach wollen Männer im Schnitt einfach mehr sexuelle Interaktion als Frauen. Und das hat wahrscheinlich sowohl etwas mit Genetischen als auch... Naja, es macht ja Sinn. Ich meine, damals bist du als Neandertaler herumgesprintet, hast den ganzen Tag nichts gemacht. Hast du ein bisschen hier, Mammut gejagt und so, primäres Lebensziel, genau. Und als Frau oder sagen wir mal so, als Mann kannst du, wenn du richtig lucky bist, wenn du richtig gut aussiehst, wenn du so der Adonis, der Steinzeit bist, dann läufst du durch und jede Frau möchte ein Kind von dir. Und das ist Bombe, weil das ist dein Instinkt. Du möchtest dich fortpflanzen, du möchtest Nachfahren haben. Deswegen einfach überall einmal durchgehen und dann hast du vor allem 50 Kinder. Bombe. Als Frau musst du natürlich darauf schauen, wer ist der Typ, kann der irgendwie, weiß ich nicht, hat der gute Gene, das ist ja immer das meiste. Gene siehst du dann, weiß ich nicht, ist der, schaut der halbwegs symmetrisch aus, hat er noch Haare und sowas, solche Geschichten. Und dann pflanzt du dich halt sofort, aber du kannst es nicht machen, du kannst es nicht 50 Kinder auf einmal auf die Welt bringen oder sowas, sondern halt ein Kind braucht erstmal neun Monate. Wenn du Glück hast, hast du einen Dual-Catch und so. Symmetrisch. Ey, Symmetrie ist tatsächlich ein ziemlich ausschlaggebender Punkt für Attraktivität. Warum auch immer. Tja, soll ich mir einen Mittelscheitel machen? Soll ich drüber nachdenken? Auch mit sozialen Gründen zu tun. Aber bei aller Liebe, nur weil du ein bisschen mehr sexuelle Motivation hast, als irgendwelche Frauen musst du ja nicht die ganze Zeit durch die Straßen laufen, mit dem Gedanken, dich unbedingt auf Krampf fortpflanzen zu wollen. Und deswegen nicht die Frauen und die Personen dahinter anschaust, sondern einfach nur bewertest, ob das Becken gebärfreudig ist oder nicht. Sexuell. Den größten und stärksten Namen, Frauen wollen symmetrische Männer. Er ist, ey, ich muss sagen, er ist ziemlich symmetrisch. Wenn man ihn jetzt spiegeln würde, dann wäre er ziemlich symmetrisch. Tja, der Daniel, der hat sicher die Hoos am Start. Stell dir vor, du redest dir ein, es ist falsch zu sexualisieren. Stell dir vor, du redest dir ein, ey, ich darf diese... Es ist nicht falsch, sexuelle Gedanken zu haben oder sexuelle Wünsche oder Vorlieben oder sowas, sondern es ist falsch, das nicht... Das auch bewusst nicht kontrollieren zu wollen. Frau, ich darf sich die Frau niemals sexuell angucken und wir sind... Und jetzt versuchst du eben dieses Lebensziel, dieses primäre Lebensziel zu unterdrücken. Es ist viel lustiger, wenn du dir vorstellst, dass er über Omas redet. Irgendwie weißt du, dass es falsch ist. Und dieser fucking Salami. Bro, 100%. 100% hat er Freundinnen, also weibliche Freunde. Freundinnen klingt immer so wie Partner. Weibliche Freunde. 100% und wenn er sie jetzt, wenn die jetzt nicht 100 Kilo wiegt und das nicht sein Typ ist oder sie jetzt extrem hässlich ist, dann 100% hatte er sexuelle Gedanken mit ihr. Hat er sich mal gedacht, okay, safe. Wieso ich das weiß, der weiß, die Biologie so sagt. Herr Richter, nehmen Sie mich fest. Warum? Ja, weil die Biologie es sagt. Ich hab tatsächlich die eine oder andere Freundin und jetzt kommt's. Ich würde nicht mit denen schlafen. Boah. Ich weiß, das ist krass. Opfer. Okay, außer für Geld. Für einen Zehner würde ich alles machen. Aber ansonsten auf keinen Fall, denn ich bin mit denen befreundet und die Freundschaft ist mir wichtig. Und die sehen tatsächlich auch gut aus. Aber ich habe keine sexuellen Fantasien mit denen. Also ich muss die nicht mehr aktiv unterdrücken. Ich sitze da nicht die ganze Zeit und denke mir, oh mein Gott, ich würde so gerne. Aber nein, ich darf nicht so denken, sondern ich hab die einfach gar nicht. Das ist nämlich einfach eine Einstellungssache. Nämlich genauso wie du sagen kannst, du gehst durch die Straßen und sexualisierst Frauen, kannst du auch einfach durch die Straßen gehen und Frauen nicht sexualisieren. Vor allem nicht im Freundeskreis. Und nein Daniel, ich bin nicht asexuell, ich bin auch nicht gay und ich lüge auch nicht. Irgendwie sowas in der Art bin. Ich bin mir... Die Special Effects kommen da raus. Fünf Euro, dankeschön. Zero. Sicher, dass jeder Mann, der sagt, ich sexualisiere keine Frauen, entweder fucking asexuell ist, gay oder einfach fucking lügt. Der Kollege schließt halt einfach komplett von sich auf andere. Nur weil der wahrscheinlich jeden Arsch in seinem Umfeld schon zehnmal von null bis zehn bewertet hat. Ist halt schon unangenehm, wenn du dann halt neben ihm sitzt und du hast halt dieses Video gesehen und dann denkst du dir, ah ja, what the fuck. Das ist nicht, dass andere das auch machen. Aber nee, warte, bei seiner Familie und Freundinnen seiner Freunde. Dann siehst du den einfach so beim Libro, siehst du den einfach so beim Libro und dann denkst du so, woher kenne ich den, woher kenne ich den? Ah, genau, der. Na, dann denkst du so, okay, hoffentlich schallt er mich nicht an. Ah, weird. Tja. Ist es ja nicht so. ...dich aufhebt oder ähnliches. Ah, mein T-Shirt. Wenn du mit einer Frau redest, meistens, wenn es nicht deine Schwester ist, die beste Freundin deines besten Freundes oder irgendwelche engen Personen, du verstehst, was ich meine, dann denkst du dir, ich will dich ficken. Aber das sind ja auch Frauen, warum sexualisiert er die denn dann nicht? Ich meine, das ist ja die Biologie, wie er gesagt hat. Und die Biologie unterscheidet ja nicht zwischen Freundinnen von Freunden und irgendwelchen Random-Frauen. Das hatte ich auch mal gehört. Ich glaube, dass das innerhalb deiner Familie so ist, dass du, boah, ist das jetzt Bullshit? Du kannst ja so, äh, wie sag ich mal, so Hormone und sowas halt, weißt du, also wenn eine andere Person richtig horny ist, da bekommst du das ja mit irgendwo und, oder zumindest theoretisch oder unterbewusst oder wie auch immer. Und halt bei deiner Familie, deine, oder Pheromone, ja, deine, deine ganze Familie hat ungefähr so die gleichen Gene oder ähnliche Gene und deswegen checkt dein Gehirn automatisch, dass diese Gerüche und diese, weiß ich nicht, keine Ahnung, so, so, alles, was halt damit so zu tun hat, dass das halt abstoßend ist für dich. Glaube ich. Also, irgendwas hat, irgendwie hat das was damit zu tun. Aber da weiß ich auch noch nicht, wie ist es bei Menschen, die nichts riechen können? Oder ist es wurscht? Wahrscheinlich ist es wurscht. Ich glaube nicht, dass, dass, äh, eine, eine, eine Statistik wäre super, Menschen, die nichts riechen können und, äh, Inzest. Weiter verbreitet? Ja oder nein? Das ist die Frage. Ich meine, das sind alles einfach nur Frauen. Was für ein soziales Umfeld die haben, ist ja scheißegal. Das heißt mit anderen Worten, entweder musst du jede Frau sexualisieren, die du attraktiv findest, oder du hast gelogen und die Biologie existiert gar nicht. Also, die existiert schon, aber... Ist aber nur anerzogen. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. I don't know. Nicht in dem Kontext. Er hat auch argumentiert, so irgendwie... Wie argumentiert? Ich dachte, ich hätte nicht argumentiert. Also, der hat nicht wirklich Argumente gebracht. Ja, okay, als wir jünger waren, safe, da haben wir immer mal so über den Arsch geredet und dann haben... Und Frauen haben das auch gemacht. Könnt ihr euch nicht ausreden. 100 Prozent, du hast es nochmal gemacht. Du unterdrückst es nur. Okay, wir gehen davon aus, du schaffst es. Ich habe mir als Kind auch angeschissen. Haha, jetzt unterdrücke ich es auch. Das ist keine sexuellen Gedanken. Das ist ein besseres Leben eigentlich. Von Frauen zu haben. Bitteschön, bitteschön, dein Schwanz wird schlapp. Du wachst nicht mehr mit einer fucking Morgenlatte auf, wie es eigentlich sein sollte. Weil es fucking gesund ist. Das zeigt, dass du gesunde Level von Testosteron hast. Das zeigt, dass du einen gesunden Körper hast. Ein gesundes Mindset. Die Morgenlatte zeigt das gesunde Mindset. Puh, Gänsehauten. Die Morgenlatte hat Gold im Mund. Ich habe in meiner Reaction gesagt, dass man in der männlichen Pubertät oftmals alles und jeden sexualisiert. Da sexualisierst du auch eine, keine Ahnung, eine Tafel Schokolade oder so. Das ist alles normal. Ja, das ist die männliche Pubertät und das gehört bis zu einem gewissen Grad dazu. Das mit der Schokolade habe ich übrigens nicht aus eigener Erfahrung. Ja, das ist so, das ist so true. Wo habe ich das gehört, Alter? Wo habe ich das gehört? Das kann ich nicht wiederholen. Aber irgendjemand hat, war das Monte? Nein, ich will Monte jetzt keine Wörter in den Mund legen. Irgendwo habe ich mal so einen Bullshit gehört. Und das war dann einfach so, yo, du, das kann ich nicht wiederholen. Aber quasi so, manchmal in der Pubertät spielen dann die Hormone mit dir und du kannst da quasi nichts dafür. So, weißt du, wenn du in der Schule sitzt oder sowas und dann auf einmal bekommst du eine Latte, so mit 14, 15 Jahren oder sowas. So, keine Ahnung, was machst du dann? Na, was machst du dann? Und dann ruft sich der Lehrer zur Tafel auf. Tja, dann sagst du einfach, Entschuldigung, er hat beide Beine gebrochen. Ist so. Wie gesagt, das hat mir ein Kollege erzählt, ja? Ich bin halt nur inzwischen raus aus der Pubertät. Bei Daniel könnte es aber vielleicht anders sein. Vielleicht täuscht sein Kindbart nur und der Mann ist eigentlich 15. Kein Plan. Dann ergibt natürlich alles einen Sinn und dann verstehe ich das Ganze ein bisschen besser. Ich verdiene Geld einmal für meine Familie, aber auch, weil Frauen mich dann attraktiver finden. Also, ich will Geld verdienen. Kommt noch der Tag, an dem ich etwas aus meinem Leben mache und nie mehr wieder auch nur einen Fuß in diese schmierige Etablissement setzen muss. Wir sehen uns dann nach der Mittagspause, Thaddeus. Ich verdiene mit der Ragsstoff den Daniel Geld. Ha, Frauen. Ha, wer ist jetzt der Attraktivere? Okay. Das ist doch mal eine super Einstellung. Ich meine, krassen Körper trainieren. Super viel Geld verdienen. Alles nur, um Frauen zu bekommen. Genau so sollte es sein. Glaube ich zumindest. Warum? Größtenteils. Meistens ist die Antwort für Frauen. Wenn du dich nicht fucking belügst. Irgendwann. Nein. Ich brauche auch Geld, Alter. Warum verdiene ich Geld? Damit ich Brot essen kann. Damit ich fucking genau ins Kino gehen kann. Damit ich mir ein Auto leisten kann und sowas. Damit ich mir, ganz ehrlich, damit ich Status und Frauen und damit ich Ding und das teure beruht, na, das billige, weil dann habe ich mehr Geld übrig und dann kann ich mehr Frauen holen. So. Warum verdiene ich Geld? Das ist ein Echsenkuchen. Eine fucking Bitch würde jetzt sagen, nee, überhaupt nicht, aber du willst nicht, wie diese Bitch sein. Also männliche Bitch, so eine Pussy. Ey, was ist denn mit dem Typ, Mann? Junge, der ist ja wirklich 20 Mal falsch abgebogen, hat sich bei jedem Mal abbiegen irgendwie den Kopf gestoßen. Wenn du in deinem Hirn darüber nachdenkst. Damit du eigentlich nach Deutschland ziehen kannst. Nein, nein, das passiert, wenn ich dann kein Geld mehr verdiene. Ja, okay, ich mache es nicht cringe, Digga. Ich wollte gerade so sagen, stell dir vor, so Kampffschott auf ihren Bauch. Beeinflusst du dann die Frauen irgendeiner Weise, wenn du es dir nur vorstellst? Ja, okay, ich glaube an der Stelle. Was? Was? Wenn ich vor einer Frau, habe ich das richtig verstanden oder habe ich es komplett verstanden? Wenn ich jetzt vor einer Frau stehe und ich schaue in die Augen und dann stelle ich mir vor, das, was er gerade gesagt hat, was passiert denn mit der Frau? Dann ist sie irgendwie anders, dann verhält sie sich irgendwie anders, dann denkt sie sich, boah, irgendwie hier, da knistert irgendwas, da knistert irgendwas. Boah, dann spürt sie es, wie der Vincent Raven, dann hat es auf einmal hier, dann ist auf einmal das ganze T-Shirt nass und sowas. Ist crazy. Funktioniert jedes Mal. Macht es in Real Life. Macht es beim Libro an der Kasse. Das reicht dann auch wirklich. Wenn ihr mehr Reactions zu Daniel sehen wollt, dann schaut unbedingt mal in die Beschreibung. Ganz oben habe ich euch eine Playlist verlinkt, in der alle Reactions, alle Folgen zu Daniel Prosku online sind. Könnt ihr euch gerne mal durchklicken. Wirklich meine Lieblingsfolge ist die mit den Römern, aber der hat wirklich schon krass Aussagen gebracht zu schwulen Menschen, zu verschiedenen Geschlechtsidentitäten und auch zu allem anderen. Also wirklich alles mit Römern und Griechen ist top. Könnt ihr euch gerne anschauen. Absolute Empfehlung von mir. Ich bitte euch hier auf jeden Fall nicht zu beleidigen, nicht zu haten und auch nicht zu ihm rüber zu gehen. Ich lösche alle Kommentare, die irgendwie beleidigend sind oder so. Der Typ ist halt wirklich in seiner Jugend einfach falsch abgebogen. Es tut mir vor real leid, das zu sehen und rennt jetzt irgendwie so dieser Red-Pill-Bewegung hinterher und versucht halt möglichst männlich zu sein, um keine Ahnung wem was zu beweisen. Ja, wieder auch irgendwann mal cringe finden. Ist ja nichts dabei. So, ich habe hier auch irgendwann mal, bin ich da in die Richtung gelaufen, dann bin ich in die Richtung gelaufen, dann war ich auf einmal hier, äh, na, keine Ahnung. Radikaler. Ich bin radikaler gewesen und habe Molotows geworfen auf Polizisten und sowas. Es ist, jeder muss, muss jeder mal durch, ne? Er wird aus der Matrix ausbrechen. Ich glaube, es ist ein Problem, wenn du, es ist kein Problem, wenn du auf, wenn du auf diesem Pfad bist, dass du versuchst, ein Problem zu lösen, das du vielleicht hast, aber es ist ein Problem, wenn du zu sehr abdriftest und zu sehr auf andere Menschen hörst, die halt anscheinend No Front auch keine Ahnung haben, wenn er jetzt so davon redet, so ja, äh, ich gehe, ich gehe arbeiten und ich will Geld und ich, und ich verdiene Geld, weil, äh, das, das imponiert den Frauen, aber er hat halt noch nicht gearbeitet und er verdient kein Geld, sodass es dann halt auch irgendwo, äh, also wo, wir danken schon für die 100 Bits, ähm, man bricht so aus dem System aus, ähm, kann ich nicht, äh, ich bin in der gleichen, äh, Schublade quasi wie Rezo und das ist einfach peinlich und, äh, da kann's nicht mehr ausbrechen, da bist gestempelt für, for life. Studentenbube, dankeschön für den Prime Stop, aber hör auf zu studieren, sondern geh arbeiten, weil das imponiert. Dass er eigentlich nur ein Opfer ist von den ganzen Autoren und YouTubern, die er immer wieder zitiert, also der bringt in jedem Video irgendwie so 20 Kommentare von irgendwelchen Autoren, von irgendwelchen weirden Büchern und dass er von denen einfach nur instrumentalisiert wird, das checkt er gar nicht. Für ihn hat sich irgendwie so das Feindbild entwickelt, schwache Männer, die irgendwie feministisch sind und so weiter, deswegen. Ja, das kannst du wirklich für dich nutzen und du kannst das als, als Ansporn, ey, ich versuche hier wirklich das Beste rausholen, du kannst, du kannst das für dich nutzen und du kannst sagen, ey, dann, dann gebe ich Gas und dann möchte ich einen krassen Job haben und dann gehe ich ins Gym und ich gehe trainieren und dies und das und jenes, nur du darfst das halt nicht dein ganzes Leben lang so leben, weil wenn du, weil wenn du nie aufhörst, so zu denken, dann wirst du auch niemals glücklich sein, sondern dann verfolgst du immer irgendein Ziel, was nicht erreichbar ist. In Wahrheit musst du irgendwann auch einmal zufrieden mit dir, mit dir selber sein an einem gewissen Punkt und sagen, jo, das, was ich gerade mache oder da, wo ich gerade bin, das ist nice und das möchte ich halten. Und da bin ich zum Beispiel gerade, ich fühle gerade das live, das ist gerade nice. Dann greift er auch immer mal wieder Rezo an oder mich oder andere jetzt, was auch irgendwie verständlich ist, wenn er halt irgendwie in diesem Tunnel drin ist. Also ich habe keine Ahnung, wie alt er ist, aber ich hätte jetzt mal einfach 17 oder so. Ich meine, das Ding ist noch nicht verloren, deswegen, lieber Daniel, lade ich dich hier mit ein zu einem Live-Gespräch. Du. Ah, fuck, ich dachte, Box gab. Und ich live auf Twitch, das Ganze wird auf YouTube hochgeladen, da haben wir einfach mal die Möglichkeit, eine Stunde. Wobei, das wäre auch geil. Mit zwei Stunden, meinetwegen auch drei Stunden, über die ganze Sache zu diskutieren, zu sprechen. Vielleicht kann ich dich ein bisschen überzeugen, vielleicht kannst du ein bisschen in deine Wortwahl feilen, vielleicht kannst du ein bisschen aus deiner Wahnvorstellung rauskommen. Meld dich gerne auf Instagram oder Discord oder schreib hier irgendwie die Kommentare, würde mich sehr freuen. Und dann machen wir das gerne. In dem Sinne, sexualisiert keine Frauen, geht glücklich und einfach offen durchs Leben und lasst euch nicht von irgendwem einreden, was Männlichkeit und was Weiblichkeit bedeutet. Definiert das einfach für euch selbst. Checkt noch gerne meine anderen Social Media Accounts aus, ich habe eigentlich alles, was das Herz begehrt, ist unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar verlinkt. Vielen Dank fürs dabei sein, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Geil, gutes Video. War witzig, war witzig, war spritzig. Und ja, also ich werde jetzt Geld verdienen, damit ich einen Klavierkurs belegen kann. Na, wie gesagt, wie ich schon gemeint habe, du kannst solche Leute hin und wieder mal, kannst du so einen Advice von Leuten. Schau, das meine ich, das meine ich. Da gibt es hin und wieder mal solche Leute wie den Aris Latif, ich habe den noch nie in meinem Leben gesehen, aber das wird mir vorgeschlagen an alle, die zu lange auf Instagram sind. Das ist cool. Da gibt es Leute, die haben etwas Experienced oder die haben eine Meinung zu einem gewissen Thema und sehen ein Problem. Genauso wie der Daniel ein Problem sieht. Der Daniel sieht ein Problem damit, wenn Leute, keine Ahnung, schwach sind und wenn Leute faul sind und nichts machen aus ihrem Leben und keine Lebenslust und sowas haben. Er hat es halt ein bisschen zu sehr übertrieben, aber da wird er auch irgendwann mal die Realization bekommen. Glaubt er wahrscheinlich jetzt noch nicht, aber es ist, es war ja immer so. Bei manchen Leuten kommt es auch nie vor, aber ich habe Hoffnung in dich, Daniel. Wir, du und ich gemeinsam, wir stellen uns gegenseitig was vor, oder?